Herzlich willkommen zu einer neuen, kurzen Podcast-Folge. Abonniert uns und verpasst in Zukunft keine wichtigen Themen, welche euch wichtige Punkte in den Prüfungen bringen. So, jetzt geht's los. Was ist ein vorvertragliches Schuldverhältnis? Ein vorvertragliches Schuldverhältnis bezieht sich auf eine rechtliche Beziehung, die vor dem eigentlichen Vertragsabschluss entsteht. Es entsteht, wenn zwei Parteien Verhandlungen führen und bereits gewisse Verpflichtungen oder Pflichten gegenüber der anderen Partei entstehen, obwohl der endgültige Vertrag noch nicht abgeschlossen ist. Das vorvertragliche Schuldverhältnis basiert auf den Grundsätzen von Treu und Glauben sowie der Verpflichtung, in den Verhandlungen schützenswerte Interessen der anderen Partei zu beachten. Hier sind drei Beispiele für vorvertragliche Schuldverhältnisse. 1. Immobilienkauf Ein potenzieller Käufer interessiert sich für den Kauf einer Immobilie und führt Verhandlungen mit dem Verkäufer. Während dieser Verhandlungen stellt der Verkäufer dem potenziellen Käufer bestimmte Informationen über die Immobilie zur Verfügung, wie Grundrisse, technische Details oder Baupläne. Obwohl der endgültige Kaufvertrag noch nicht unterzeichnet ist, besteht bereits ein vorvertragliches Schuldverhältnis, das den Verkäufer dazu verpflichtet, dem potenziellen Käufer genaue und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Wenn sich später herausstellt, dass der Verkäufer wichtige Informationen verschwiegen hat, kann der potenzielle Käufer Schadensersatzansprüche geltend machen. 2. Arbeitsverhandlungen Ein Arbeitgeber führt Gespräche mit einem potenziellen Arbeitnehmer über eine mögliche Anstellung. Im Laufe der Verhandlungen macht der Arbeitgeber bestimmte Zusagen bezüglich des Gehalts, der Arbeitszeiten oder der Position. Obwohl der endgültige Arbeitsvertrag noch nicht unterschrieben ist, entsteht bereits ein vorvertragliches Schuldverhältnis, in dem der Arbeitgeber verpflichtet ist, die gemachten Zusagen einzuhalten. Wenn der Arbeitgeber die Zusagen später nicht erfüllt oder den Arbeitsvertrag ohne triftigen Grund zurückzieht, kann der potenzielle Arbeitnehmer Schadensersatzansprüche stellen. 3. Verhandlungen über einen Liefervertrag Zwei Unternehmen führen Verhandlungen über den Abschluss eines Liefervertrags. Während der Verhandlungen tauschen die Parteien vertrauliche Informationen aus, wie zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse, technische Spezifikationen oder Preisgestaltungen. Obwohl der endgültige Vertrag noch nicht abgeschlossen ist, entsteht bereits ein vorvertragliches Schuldverhältnis. In diesem Schuldverhältnis haben beide Parteien die Pflicht, die Vertraulichkeit der ausgetauschten Informationen zu wahren und diese nicht unbefugt weiterzugeben. Die Rechtsgrundlage ist in Deutschland § 311 BGB und 241 BGB. Diese Frage kam unter anderem bei den Wirtschaftsfachwirten, zuletzt im Frühjahr 2021 als Bestandteil einer Aufgabe mit 12 Punkten vor und zählt zum Allgemeinwissen im Bereich Recht. Vielen Dank und liebe Grüße, euer Team von Kuloglernmedien.